Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, Freunde, ihr seid alle blöd. Ja, genau. Wie kannst du sowas sagen? Das kommt völlig überraschend. So, waren wir. Cut. Wird mir content, wir sind in einem Team und Cody und ich bin in einem Team, super. Das war Absicht. Gibt's von tote Haie? Mieter Kanniball. You must be this tall today. Ah, Kannibal. Kannibalismus. Hopp. Was? So. Wir sind übrigens nicht die Zombies, weil es eine Vorliefer-Wolke gegen Nick, Coach und Cody ist dabei. Die erste Runde ist jetzt, ich weiß nicht, wer die erste Runde infiziert soll, aber dann nach die Runde wechselt es ja. Wir sind infiziert, ihr seid die vier unten, die Haupträume. Richtig. Wechselt ja immer durch. Wir machen Monster, Monster Party. Wir sind die Haie, wie gewohnt. Wir sind die Haie, genau. Ja, dann versuchen wir das Gold zu finden. Richtig. Dass du auf dem Boden rumlubberst. Team High. Geht's jetzt mal los hier, du Kack-Lade-Vorgang. Wir nennen Sie und geben Ihnen High-Gaming um. Oh je, das ist ein Zauberschlitten, aber ich kann damit nicht über eine endlose Blechlawine fahren. Sieht nach Laufen aus. Wir sind so weit gekommen. Ja, dann denk ich mir auch krass. Ich bin automatisch die Frau. Das Spiel kennt mich. Los geht's. Seht euch das an. Hey. Ich weiß nicht viel. Ich weiß nicht viel. Ah, shit. Komm mit, der Scheiß! Achtung hinter uns, Jockey. Handtet. Oh. Bimbo ist das hier nicht drin. Oh, schön. Verlass das Auto schon. Ah, jetzt hat er mich. Wie süßt heute wieder. Lade nach! Lade nach! Gott, hab ich da gar nicht mehr drauf. Die Maus ist immer gut, wenn sie tiefer ist. So. Ich lade nach! Lade nach! Nichts. Gż da jetzt jemand! Nein! Ach mann! Mal sehen es dir. family 그렇죠! Jetzt kommt nicht sicher. Aua! Enh. Wahnsinn, died aus. Schwarz an! Ja, das war's! Ich hab' ich nicht alles gesagt, ich hab' das schon gesagt! Ich hab' das schon gesagt, ich hab' das schon gesagt! Ganz schön laut hier alles! Ach, ich hab' verbündet, ich hab' den Kopf am besten! Verbündet ist ein sehr relativer Begriff hier! Ich krieg's doch auf mich! Oh, ich dachte, hier war'n Scharte! Ah, fuck, haben sie mich erwischt! Oh, ja, die NPCs sind einfach zu gut für mich! Deckt mich mal! Lade nach! Wenigstens lassen sich durch zwei Spieler geschmeckt! Ja! Ja, ich hab' beim ersten Beispiel voll auf den Koli zugerannt und dann fällt der einfach um! Das ist bitter! Und dann bin ich voll ins Leere gelaufen! Wegen des! Ja, das ist ja! Ich sollte noch gucken, ob du noch da bist! Du siehst, darf ich auch nicht machen! Der Koli, der Koli! Ja, ich komme! Wir machen so lustige Geräusche, diese Kackviecher! Wir machen so lustige Geräusche, diese Kackviecher! Ja! Ja, das nicht was sie klingen haben! Hhh! Hhh! Wir sind demselben Team! rey! Duot lag'n, Lade nach! Duot lag'n! Ah, fuck. Das dauert so ewig lang, bis die, äh, Primärwaffe wieder geladen ist! Ja, echt! Ich hätte es jetzt fast geschafft und dann haben wir schon alle angelaufen. Äh, komm. Da ist er. Wo bist du? Oh, wo bin ich denn hier? Ah, fuck. Ich bin in der Sackgasse gelaufen. Nein! Danke. Danke. Scheiß Bots, ey. Danke, Mann. Kann man, Alter, fliegt das Finken fast auf den Schießen? Danke. Mann, ey. Hab ich ein bisschen mit Wolke gezüngelt. Weg damit! Weg, du Scheiße, ey. Ich kann da nicht so viel schießen. Ich hab auch nur eine Pistole. Welche ich will? Ich will nicht geheilt werden. Ich will laufen. Mein Spielen ist gerade voll auf. Ja, mein Spielen ist auch voll gerecht. Ja, ähm. Ja, Mann. Ja, das war mein Spiel. Bitte schieb! Ah! Bitte hab mich! Aber ich hab's nicht noch getroffen. Lass uns weiter gehen. Ich nicht. Genau, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Geht's hier eigentlich weiter? Das ist so süß, wenn wir die, äh... Wenn wir die Infizierten sieht, wie die da so rumsitzen und auf ihn spawn warten. Ja, doch jetzt weg! Oh, Scheiße, Scheiße! Ja, doch jetzt weg! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Was ist los? Gehen wir runter? Hier runter, oder was? Nee, da haben wir doch her! Oder? Ja, ja... Da braucht grad einer ein Decaychen! Ja, genau, genau! Nein, du Pimmel! Ja, Hilfe! Errungenschaft, weiß geklopft! Jawoll! Ich bin ein Smoker! Ein Boss versperrt den Weg! Ach, jetzt muss ich nicht rum! So, jetzt sind wir auch sehr öde. Ich zeig mich wohl wie lang es ist! Nein! Das tut mir sehr leid! Äh... Bei dem Urlaub! Oh! Oh! Was ist los, Poli? Siehst du vollgekotzt aus! Du guck dich, Poli, du guck dich! Du guck dich! Oh! Oh, nein! Oh! Oh, ja! Voll! Alles drauf! Alles drauf! Ich... Wo ist er auf? Hoch! Hoch! Vielen Dank, Ma'am! Das gibt's ja wohl nicht! Nein! Scheiße! Ach, der Hunter ist wie gewohnt Scheiße. Oh, oh, welchen geht gleich drauf. Das liegt nicht mehr, wo es lang ging. Oh, wechsel. So, dann mal gucken, wie weit wir jetzt rumkommen. Wo ging es denn lang, ich weiß nicht, wo es lang ging. So. Ach, ich bin die Olle. Ist ja toll. Okay. Ready? Get ready for take-off. Hey, let's kick some fucking ass. Ja. Toll. Hunter. Du glaubst du blöd wie die echte Renze. Doch. Lade nach. Ach, du wirst das kriegen. Schnell weg. Lade nach. 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 I'm Jockey. Die Scheiße, die Scheiße auf ihn! Boah, Rektoli, alter Falter, boah, wie der abging grad. Sau krank ey, wie der abging grad Rektoli. Ich würd mal sagen, er hat ne Schneide der Verwüstung gemacht, aber das ist jetzt nur meiner. Mir nach wird mir gleich keinen Weg. I know. Aber die anderen auch. Hör doch auf. Der nix einfacher ist als Pumper. Der Goli. Ach, der ist schon wieder. Das ist ja so cool, rechts, links, rechts, links. Hör doch nicht hin. Hör doch nicht hin. Hör doch nicht hin. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Versteht das nicht? Ja, der Hunter ist irgendwie kacke. Kacke, der funktioniert ja irgendwie. Weiß einer von euch wie der geht der Hunter? Ne. Lade. Checkt den auch nicht oder was? Ne. Entschuldigung, du warst zu weit vorne. Warum ist denn eigentlich mein Leben, das ich gerade frisch aufgeräumt habe, wieder komplett runter? Schocke! Wow, der Cody, wie er abgibt, ey! Das ist unfassbar, der Cody kann den Chargers so gut spielen. Doch? Nee. Warte! Aber ich kriege immer noch Punkte. Dafür ist jetzt echt keine Zeit, Mann, los, hoch, steh auf! Danke. Super, warten! Noch mehr Zombies zum veraxten? Das könnte Cody sein. Nein, hätte ich nicht gerettet, hätte ich die Karten, die hätten dich nicht gerettet, die anderen. Wird das denn hier nie besser. Wo treibt ihr euch eigentlich rum? Hä? Rhythmiker, gewohnt denn hier runter, da wo ich hingelaufen bin? Ja, aber hier oben geht's weiter, oder nicht? Nein, hier unten geht's weiter! Was, da kommen wir doch her! Oder hab ich... Nein! Hab ich mich verlau... Stimmt, ich hab mich verlaufen! Jockey, irgendwo? Der Traum! Der Traum! Der ist Heldkinder! Okay, hoch! Aber du musst dich schnell verraten, was weiß denn? Ich hab's! Oh! Oh! Der Traum! Der Traum! Der Traum! Der Traum! Der Traum! Der Traum! Scheiße, Spitter! Ich hab den Traum! Ich hab den Traum! Ich hab den Traum! Da muss ich hinten! Ja! Dann kannst du mit der litte Maustat hin und reinziehen! Geil! Wurz du bist möglich! Hättest du nicht sagen können, wenn wir dran sind? Die Autobahn ist dicht! Hier durchs Motel! Roh! Ich glaub es sind auf jeden Fall öfter down als wir, aber die sind weitergekommen! Ja! Die haben schon das Feld noch reliability! ja! Ja, egal. Oh, keiner hat mich zugespittet. Ah, fuck. Meine Fresse. Ich brauche Hilfe. Ich war aber auch schon grau, ich hatte kein Leben mehr. Und jetzt den Nick auch weg, so. Wupp, 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 wupp. Ah, hat Spaß gemacht. Ja, es gibt theoretisch eigentlich noch eine Rückrunde irgendwie, normalerweise. Ja, jetzt eigentlich. Jetzt gibt es noch eine. Im Normalfall. Ja, ich dachte. Also zumindest für die im nächsten Kapitel spielen sie zuerst die als Infizierte. Ja. Leidervergangen, Dunkler Karneval 2. Genau. Jetzt ist es aber genau 0 Uhr. Ach, wir eilen uns, dann kriegen wir das schon hin. Aber die beste Lichtshow in der Szene. Hab die 2007 gesehen. Erste Reihe. Jetzt sind wir hier. Das ist die Frage, ob das hier durch alle Kapitel geht. Das kann natürlich sein. Ja, ich glaube, ich sehe das ganze Kapitel. Ja, ja, bestimmt. Wissen Sie, wie es das noch dauert? Seht ihr dich? Warte! Lade nach! 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 Ich bin nur für ein lausiger Schussi. Hat der Mann. Hat der Mann. Lade nach! Lade! Lade nach! Wo sind wir? Brandgeschossen! Will sonst noch jemand? Was? Wo ist die Kettensäge? Da, wo ich stehe. Das ist ne Trätze. Nee. Ah, Smoker hat mich. Ich verste nicht, was der... Äh, Smoker hat mich immer noch. Er geht's draußen, hallo? Kümmert sich mal jemand, bitte? Hallo? Ja, lass mich sterben. Okay, kein Problem. Mann, 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 ey. Du bist so hoch von allen Seiten. Wunderbar. Zappel nicht rum, ich heil dich. Ach, kannst du dich jetzt mal stillhalten? Ich muss dich veranstalten. Achtung, Stein! Du sollst auf den Flitterdrech! Bleib! Du musst die Zombies irgendwie schlauer spielen. Aber Zombies sind immer durch ihre Intelligenz gewöhnt. Nee, aber du kannst ja theoretisch mit dem Jockey zum Beispiel volle Kanne den nutzen, wenn grad saufviel Zombies da sind. Du musst ja normalerweise als Jockey nicht auf den Rücken stören. Ah, in der Ewigkeit nämlich der Dreckbacke. Ähm, die Rundenspringen und 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 die Rundenspringen. Nein, wie geil, Jungs! Ihr seid so im Arsch! Nein, sag nicht, ihr habt gezenkt! Fuck! Hä, warum bin ich jetzt gezenkt? Ja, zwei, zwei, drei, zwei, drei. Was ist denn das für ein Fuck? Hell! Oh, da kommt's! Mann, ich war der Tank! Mann, der Tank ist ja mies. Das müssen auch mal Tanks sein, wenn ich jetzt eckig tot bin. Oh ne, ich hab's ja unterlebt noch. Aber jetzt was? Nein! Nein, jetzt noch! Sehr gut. Alter! So, ich hab ihn noch erwischt, den Tank. Ich hab ihn noch erwischt! Ich hab ihn noch erwischt! Sorry, don Schatzi. Ich höre einfach alles von euch, weil ich so ein bisschen lobt. Ja. Ja. So, jetzt machen wir noch die Rückrunde, dass wir auch mal Tanks sein können und dann können wir aufhören, wenn da die nächsten Kapitel auch noch gehen. Wobei, es ist jetzt kurz nach 12, das kostet ja kaum Zeit hier. Kater? Lade nach! Bitte! Und Katana! Was? So. Da guckst du, Möckchen, hä? Hat dich angekotzt. Du bist auch nicht mit dir. Ja, ist egal. Hat dich man gekotzt. Und da kommen die ganzen Zombies auf dich und hauen dich und ich krieg da massenweise Punkte für. Ja, das hat aber auch wieder gedauert. Ja, echt lange dauert. Komm, weiter geht's, Mädels. Ja, aber es war der Kack-Hunter, der funktioniert ja nicht. Wie sie jetzt rennen, damit sie so weit wie möglich kommen. Wie kommt der Tank jetzt? Was noch, Laden? Ich bin down, scheiße. Hab ich dich schon wieder erwischt? Tank kommt. Alter, unser Boss ist so blöd. Hinter den von 1000-Zong müssen die schon immer einfach mal... Was ist denn der Tank? Ich wollte mal sagen, wo bist du denn? Wo bleibt's denn die? Ja, das Problem halt ich auch. Ja, genau. In einem Kack-Ort gespawnt und ich wusste nicht, wo ich hin muss. Und jetzt war's, was wir denken. Komm rein, Coli. Komm rein, komm rein. Ja, jetzt bin ich's wieder. Hat der uns denn auch hingestellt? Ich weiß gar nicht, ob ich hier wegkommen. Nein, nein, nein. Scheiße. Weiter geht's, komm direkt weiterlaufen. Warte, jetzt. Scheiße. Ich bin tot. Wenn so nah ist, kann's nichts mehr machen. Ja, das Tank ist ja echt total bescheid. Boah, das ist ein Doppel. Das ist ja echt am Arsch der Welt und weiß nicht, wo du hin bist. Hinter euch, Jungs. Was ist denn hier? Ich bin getroffen. Was bin ich denn? Ich bin hier. Oh. Oh. Oh, oh. Oh. Ich brauche her! Ich brauche her! Dach gestiegen. Ich war euch schon relativ nah. Ich musste nur irgendwo bei euch vom Dach wieder runter. Dann war er wieder weg. Sieht aus, als müssten wir durch den Liebestunnel, Leute. Kein Techtel-Mechtel. Können wir uns konsigmenten? Ja. Warte, machen wir noch weiter. Okay. Händes konsigment hat auch recht. Ist die Frage, machen wir ohne ihn weiter? Ohne ihn ist es einfach nicht alles gleich. Das ist richtig. Ja, stimmt. Es fehlt die Hauptfahrrolle. Ja, genau deswegen. Okay. Man soll auch immer mit am schönsten sein. Haha, ist aber ein Rhythmiker. Ja, und ich habe noch einen Spitter. Oh, ist aber noch ein Vollgrad bekommen. Vom Regen getaucht. Was? Von Arsch geworden. So, ich schwasche jetzt durch. Haha. Die. Jetzt kommt voll in die Abkommen. Oh. Oh, danke. Ich habe mich noch nicht aufgenommen. Ja, wollten wir. Ja, wollten wir eigentlich. Ich habe nur Spaß. Ich lade nach. Ja, Spaß. Ich bin nur kurz einer. Ich lade nach. Ich habe gerade... Ich habe auch kack Hubert drauf drauf geholfen. Ich habe einfach nicht vorbeigelaufen. Das ist passiert. Ich muss leider nur noch mal in die Luft sein. Aufpassen, aufpassen, auf den Arsch, aufpassen auf wen, bis zum Tod und noch viel weiter. Wird wieder genau dasselbe. Waffe hier, meine Güte. Hat Spaß gemacht. Seid jetzt alle hier rausgerannt, ne? Ja. Ich kann einfach nicht aufhören, das ist so lustig. Welche Spieler in beiden Teams benötigt für Versus-Modus? Spiel beendet. Auch cool. Das ist sehr gewöhnlich. Komm ich jetzt wieder raus oder? Ah, jetzt. Okay, ich bin auch raus. Und tschüss. Ja, und tschüss. Happy Kolo. Oh.